Morgen ist alle, wie scheint es? Ich kann auch immer mehr Menschen mit einem Frauen machen, und ich kenne nicht alle, verhäbt die Leute, verhäbt nicht, aber ich werde immer merken, und ich brauche meinen Bastard, aber es ist immer so, und ich habe keine Tüte und alles. Und immer, wenn ich eine Welt merken, in die Kinder kommen, dann muss man alle schnell schmieden, und es ist nicht tief, für das Abschnitten. So, dann muss ich das dann, wenn es läuft, dass ich Zeit habe. So, von der ersten Mal, ist es wirklich, verhänt, und ich habe immer gefragt, nur, Wrennecke, und, es ist auch nicht so leicht, dass ich das alle selbst ermitteln, weil es hier so leicht zu kaufen, und es ist dann, dann, wo sich hin, dann kann ich eine, ein Messer, eine neue, kann ich dort irgendwas rein haben, aber von der, wollte ich das selbst merken. Ich war mir in die Spiele merken, verhänt, und dann, habe ich das wenigstens einmal getan, und, ich war mit dem Klamms auffangen, und, eigentlich wollte ich sagen, das Klamms, das habe ich noch einmal gekauft, dort hat mich noch niemals euer selbst gemerkt, aber von der, werde ich das brauchen. Das ist sehr einfach, und, ich hoffe, dort, wird es zu brauchen sein. wollte ich nicht wissen, was ich hier dann auffangen will. Ich war mit einer Gleun, Mald auffangen, und, dort ist ein Fäule Mald, und, hier sind drei Löschchen, und dort sind vier Liter, mir wollte ich nicht alle fehlen, und, vorher, eine Gleun, er saß hier im Koffer, so, ich wollte es dann, und, hier habe ich ein, dreiviertel Koffer, äh, edig, wettet edig, und, das ist alles, was mir von mir, was fehlen. Ich habe meinen, äh, saß hier im Koffer Mald, hier, in, äh, in, äh, in, äh, in, äh, in, ähm, graut genug, da, nicht tausäuerfall wird sein, und, dann, wettet, äh, vier, abschriven, und, und, vier, dann, behölf, so, da, 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 vorn cents on, then, so, 22, und, er, das allah, wettet, u went fertig sein, und, wenn ihr das nicht haben, dann, die, so, aufholen und dann wenn das Geld warm ist, aber nicht heute, dann ist das Reut. So, nun wähle ich mir das hier Tezid-Saten, von den vier auf und dann wähle ich mir hier das Edig anrühren, soja, soja langsamech und dann das blaues Mankerieren, nun kann ich so ein, das fangt die nun ein bisschen zu klittern. So, die Edig hat die Ola Mank, und nun werkt es bloß für 1 oder 2 Minuten, bloß ein bisschen anrühren. Wenn ich es noch niemals habe, ich will nicht, wieviel Gläumse das wird geben, aber wenn es nicht zu viel ist, dann will ich den Kavans wenig nicht überfrieren. Wenn ich hier ein Gläumse habe, dann will ich dann nur durchmerken. Und wenn Teufel durchmerken, dann wird versiegen, dass ich da nicht kann eine Frise nehmen, sondern dass ich da noch mal weiter kann brauchen. Ich da so sehr sehr viel, weil es wird vorher mehr angenommen, da wird eine Frise stoppen, da ist so schändlich sehr händig. So, nun kiekt mal, wieviel Gläumse das hier sein soll geworden. Und nun, wenn es ist, dass es fernlang anrühren und das ist auch klittern, kann ich sagen, dass es auch gellert worden ist. Ich wollte nicht sehr fern, dass es zu sein. Mein Video, dass mir immer so ist, wenn es gut geschieht, dass es alles erwiesen ist. Aber ich hoffe, dass es zu sein, dass es hier auch gellert, glittern geworden ist. Und ich glaube, dass es nicht ein paar Minuten oder zwei Minuten war, dass es hier aufgeriert hat. So, dann geht es nun wieder. Und dann wird es hier für eine halbe Stunde lassen. Und dann kommt es auf drei. Ich habe es noch ein paar Minuten, die ich sehe. Ich sehe hier in Kamm. Und dann sehr Kamm. Und dann habe ich hier in Chois Karaeva. Und dann stöpfe ich das hier. Und dann Ich habe nur noch viel Fähnchen in den Oberflächen. Das kann ich vielleicht nicht sagen, dass ich es nicht so gut bin. Aber das bleibt Strom. Ich sehe, dass es so weit geht. Das bleibt mir so schön. Ich habe das noch niemals gemacht. In diesem Grund habe ich noch niemals gemacht. Aber wenn ich einmal viele Jahre träge, dann habe ich viele Sachen gemacht. Ich dachte, dass es nicht so steht. Das ist mir sehr einfach. Ich dachte, dass es mir nicht alle Sachen fehlt. Wenn es die Sachen ist, habe ich immer gemerkt. Dann habe ich das nicht. Ich musste mich dann mal sehen. Ich wollte es nicht. Ich dachte, dass es nur so steht. Ich bin nur ganz einfach. Und wenn es fertig ist, dann ist es noch viel besser. Dann darf ich mich da nicht mehr zeigen, dass es nicht so ist, dass es etwas zu tun hat. Dann lasse ich mich so, dass ich hier genug Zeit habe, dass ich hier schöne Wrennchen merken kann. Ich glaube, ich mache jetzt noch nicht mehr. Ich möchte diese Wrennchen mehr nehmen. Ich meine, wo wir das jetzt geniht, haben wir das gleich viel zu will. Aber das werde ich nicht geregelt. Ich mag das nicht mehr alles geniht. Das war nicht so viel zu viel. Das wollte ich nicht auszupassen. Das wollte ich nicht auszupassen. Das wollte ich machen. Zum Kekmärchen, Panküren, das ist das zu machen. Das wollte ich nicht auszupassen. Entweder du hast nicht zu backen und du hast dort gleich zu machen, dann kann ich das zu machen. Ich wollte nicht auszupassen. Das wollte ich dort auszupassen. Die Fridge, die das bei den Leuten verfeuern hat, was da es meldet, das wurde nicht auszupassen. Ob er die Glamms in der Fridge oder in der East House oder wo anderen die das nennen, sagen, das war zwei, drei, aber fünf. Dann muss es abdrucken, dass es nicht auszupassen wird. Dann hast du das ganz verdammt. Aber ich kann hier alles vorrichten. Mal sehen. Schaut mal, wie es so ist. Aber es ist nach Tofuotrich. Ich will mir das hier ausbringen. Wenn es das nicht so ein schöner Wrennchen geben würde, dann würde ich das Stück wegbringen. Dann würde ich das Stück wegbringen. Ich will das hier bei einer Stirn, wo ich hier alles aufsehen soll. Wenn ich hier nicht von der ganzen Stirn mitbringen würde, dann würde ich das hier mit einer kleinen Stirn, mit einer kleinen Stirn, die Stirn mit einer Stirn, dann muss ich hier die Stirn mit einem Stück wegbringen. Dann würde ich das Stück wegbringen. Dann stelle ich das Stück wegbringen. Dann sind wir die Stirn mit einer Stirn. Und dann kann das hier setzen und bloß ein bisschen hängen und aufziehen. Und dann geht es wieder und in einer Stunde komme ich drei. Na ja, ich bin drei. Aber es ist nicht eine Stunde, das ist nur den nächsten Tag. Das können wir machen. In dieser Zeit werde ich die Leute in 7 nennen und dann muss ich bloß alle Tag laufen. Und dann geht das von der. Und bei mir ist das eine Frau, die ich dort habe. Während gestern wüsste ich nur die Tengen stunden, dann wird mir das noch gut drücken. Das wird ja ein bisschen tunert. Und ich lege nicht eine Suppe, eine Suppe. Ich glaube, das habe ich geschaffen. Und dann glaube ich, das habe ich geschaffen. Jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Das ist fein drehend. Es wird sehr fein geschaffen. Das ist fein drehend. Nicht so zuppig. Und dann wird es nicht so zuppig sein. Weil ich das am Dich nennen da. Und dann wird mir das nicht alle weghebeln. So, nun keck. Fein. Das war kein Fein. Sonst, das war ich ein bisschen üben neun. Dass das, äh, das durch die Eiern dort kommt. So, das ist fein drehend. So, das ist nicht so zuppig. Und wie viel habe ich von dort gekriegt? Da habe ich eine der Glauben malgeteilt. Ich habe zwei und eine halbe Koffel. Dort wird ein und ein Viertel Punt sein. Und ich durfte hier gekriegen. Und gestern habe ich vergessen zu sein. Wie gesagt, da habe ich abgeworfen. Ich weiß schon, dass wir 120 oder 122 in dort wie viel haben. Bloß, äh, dass die dort nur noch können sein. Weil die nicht hören können sein, wo das wir. werden, wie das hier. Na ja, ich darf es hier ein klein bisschen verwirbeln. Und das, äh, das nicht ganz, dass ich so zuufen gehen soll. Und dann habe ich hier drei Ehe, die bloßt von das Gehle, nicht das Wettet. Das Wettet, das brauche ich dann von euch. Und mir fehlt bloß diese drei Gehle. Die drei Gehle Ehe habe ich hier nun gemacht. Hier wird bloß ein kleines bisschen Salz. Ich darf es nicht mieten. Ich habe bloß von euch vier Gehle mensch, wo es so viel Salz leichen. Und dann wird ein kleines bisschen Peper machen. Nicht viel, bloß dort ein kleines bisschen Buntlatt. Und dann wird das weiter gut topgeriert. So, ich habe es hier für ein Topgeriert. Und das ist dann mein Glanz. Ich habe hier ein kleines bisschen süßes Geruch. So ist es wie das Gleiche. Ich habe es zum Schmacken, dass ich die Ehe da lerne. Aber ich weiß nicht. Aber wenn ich die Ehe da merken, und wir essen da ab, dann, wo wir sagen, wie das schmecken wird. Das mag vielleicht nichts nicht sein, so dass ich es am Heimarkt und nichts nicht so ist gekauft. Aber ich treu, dass mein Umgebung, was mir sein wird, ist das schönes Essen nicht. Das Essen nicht bleibt. Das wird sein, dass ich das machen soll, oder nicht. Aber für heute, weil ich ein Engmerken für das Video. Und wenn es das jetzt noch ist, 15 Minuten lang ist, und die Menschen bleiben das nicht so lang. Ich werde das auf die Potschecken, und dann wird das dicht. Und alles wird das noch auf eine andere Video. So, das war es für heute. Und ich hoffe, dass ihr euch das interessiert, und wann es das geht, probiert das auch. Und ich wünsche mir, dass ihr euch das glücklich macht. Und dann, dass ihr euch das glücklich macht.